Hallo und herzlich Willkommen zu Single Couch. Ja, wir sind heute im Partnerlook, haben wir uns gedacht, der Huck gefällt uns. Genau. Wir waren schon alle Tage da, oder? Ja, eh. Immer, alle Tage. Ich hab hier einen nächsten jungen Mann da, der seine Traumfrau sucht. 32. Olt? Hey, ich bin auch 32, es ist nicht alt. Ja, aber es geht schon fast um 40. Geh weiter, da ist noch ein langer Weg. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, reden wir gar nicht. Wir sind ja jung. Und wild. Aber wir können mal älter werden. Wir werden mal älter. Wir werden mal älter. Also, wer bist du, wo kommst du her? Ich bin ein Bärenherstgeister-Jährling. Und lebe relativ zurückhaltend. Was machst du beruflich? Oben. Wir sollen eine Traumfrau sein. Also, ihr sechst dann, er ist ein lustiger Kerl, der bringt sogar mit zum Lachen. Wie soll eine Traumfrau sein? Schön. Beschreibe schön. Ja, mir ist eigentlich wurscht. Blond, brunett, schwarz, hauptsache keine Raude nicht. Haben wir es schon wieder, dann ist du da nicht wurscht? Ja, ja, aber ja. Aber die könnten wir farmen. Lieber eine Traude wie eine Raude. Aber die können wir doch farmen. Oder sie hat viel Geld. Da nehme ich sie auch. Okay, gut. Dann darfst du es nehmen. Also, wenn du... Also, wenn du... Ich kann es jetzt gar nicht zusammenfassen. Ich würd sagen, ihr würdet es noch mal freeplay und lasst es noch mal über euch hergehen und genießt das Ganze. Ein Hut, werfen wir noch über? Okay, ja, schön. Dann nimmst du eine Traumfrau gleich mit. Und ich würd sagen, ihr rührt euch bei dem guten Mann. Entweder seid ihr blond und brunett oder rot mit viel Geld und alt. Dann möcht ihr euch bei ihm. Stark, krank. Schwer. Und viel Geld. Oje, oje. Traumfrauen, rührt euch bei ihm. Wir freuen uns. Danke dir. Ich danke dir. Viel Spaß.